Was ist der Unterschied zwischen Käse, Sahne, Butter oder Kondensmilch? Gab es in China in der Geschichte auch solche Zutaten? Ich habe gerade in einem Buch eine Süßigkeit gefunden, die dann zu Milchprodukten gehört und dann beim kaiserlichen Bankheer bewirkt wurde. Sie hat eine sehr, sehr schöne Blumenform. Heute würde ich das auch probieren. Und ich nenne das sahneartige Yasmin. Jetzt da an, nämlich mal aufkochen und dann in Zitrone dazu geben. Ja, jetzt ist es für die Köln. Ich hoffe, es wird geringen. Fertig ist es so. Soll ich die Kerne wegmachen? Mutton. Aber jetzt ist es so. Oh, das ist so. Konsistenz. Dann wie heißt das dann? Ich bin noch mal auf. Ich bin noch mal auf. Ich bin noch auf. Das ist so. Vielen Dank.